Hallo meine Flauschis, willkommen zu einem neuen Video. Sicher hat jeder von euch den ein oder anderen Furry schon mal kennengelernt, wo ihr euch dachtet, ja, das muss ein Fuchs sein, ganz klar. Mit meinem Husky und einigen anderen Furrys, die ich kennengelernt habe, ging es mir absolut genauso. Also ihr seid da definitiv nicht allein. Deswegen möchte ich jetzt so ein paar Klischeespezien vorstellen, beziehungsweise Klischeespezien vorstellen, wo ihr eben schauen könnt, ob das eben genau darauf zutrifft, weil das sind Erfahrungen, die ich machen musste und vielleicht habt ihr genau diese Erfahrung eben auch gemacht. Dazu nur zwei wichtige Sachen. Erstens will ich einen Sketch dazu noch drehen, das kommt in einem anderen Video, wo ich diese Art nochmal auf lustige Weise mit Sketchen vorstellen werde. Und das zweite ist, bitte nicht ernst nehmen, es ist ironisch und es soll lustig sein und bitte seid mir nicht böse für dieses Video. Und los geht's! Wölfe! Jetzt kann ich endlich Klischees über mich selber auspacken. Schön, oder? Wölfe müssen immer das Kommando haben. Das ist die Erfahrung, die ich machen musste und leider auch an mir selbst machen musste. Oft ertappe ich mich dabei in genau solchen Situationen. Okay, machen wir es so. Ich räume auf und du bist durch. Eigentlich habe ich echt keinen Bock gerade. Wenn wir fertig sind, kannst du auch wieder Hearthstone spielen. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt vertue, aber ich habe den Eindruck, dass Kaniden, also Wölfe, Füchse, Hunde, Huskies, oft einfach ein bisschen flauschiger aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine und ich meine, vielleicht formuliere ich das einfach blöd, aber sie wirken einfach fluffiger von den Haaren und von ihrer Optik und, 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 und... Akeban, das versteht eh keiner. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Äh, ist egal. Ist egal. Tiger. Ich habe einfach keinen Tiger kennengelernt, der nicht irgendwie Party machen will, rausgehen will, Freunde treffen will, der was unternehmen will. Ich habe Tiger als sehr unternehmensfreudige Menschen kennengelernt, die einfach gerne in der Welt rumkommen wollen. Und es gibt auch nicht umsonst den Ausblick Party-Tiger. Und ich denke, der passt auch bei den Tigern im Furry-Fandom relativ gut zu. Also ich kenne ein paar Tiger, die man wirklich auf vielen Events trifft und die sehr oft rumreisen und Freunde treffen wollen. Drachen. Drachen habe ich als eine Art von Furries kennengelernt, die eine sehr spezielle Bindung zu gewissen Fetischen hat. Das heißt jetzt nicht, dass andere Spezien keine Fetische haben, aber Drachen haben wirklich manchmal so Fetische, die etwas spezieller sind. Der bekannteste, den wahrscheinlich fast nur Drachen haben, ist War. Und es gibt einfach kaum eine andere Spezies, die auch War ausübt, praktiziert oder sich mit War-Bildern zeichnen lässt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Was macht einen so geil, Dinge sich in den Mund zu stecken, Dinge zu essen? Es gibt Bilder, wo Drachen ja ganze Personas von anderen essen. Und ich verstehe das nicht. Erklärt mir das bitte, was so... Also ich sehe das nicht angreifend, aber ich will verstehen können, was so interessant an War ist. Aber ein weiterer bekannter Drachenfetisch wäre zum Beispiel Infla. Also es gibt einige Infla-Furs und Leute, die eben auf Infla-Tiere stehen. Und da sind auch ganz oft Drachen dabei, die eben gerade auf sowas stehen. Huskies! Oh, Moment, da muss ich gucken, ob Kodiak zuschaut. Nein? Äh... Nein. Okay, dann kann ich es ja erzählen. Ich war schon mit zwei Huskies zusammen und musste feststellen, Huskies lassen sich nichts sagen. Also, so gar nichts. Ich meine, als Beispiel, ich kann Kodiak noch so oft sagen, es soll seine Bierflaschen und Energydosen wegmachen. Aber er macht es einfach nicht. Und ich kann jetzt einfach mal ganz spontan, ich gehe mal an den Tisch, wo die Kamera draufsteht. Und hier steht einfach, hier steht schon wieder eine Energydose. Und... Er macht die einfach nicht weg. Und ich kann nichts dagegen tun, er hört einfach nicht auf mich. Und jetzt, ob das nicht reicht, müssen Huskies wirklich immer, immer Recht haben. Versucht nicht, mit einem Husky zu diskutieren. Diese Diskussion habt ihr schon verloren, noch bevor ihr angefangen habt. Ihr könnt nicht gewinnen, selbst wenn ihr die besseren Argumente habt und eigentlich auch wirklich Recht habt. Denn wenn Huskies merken, dass sie nicht Recht haben, kommt wieder Regel 1. Huskies lassen sich nichts sagen. Das heißt, entweder haben sie Recht und wenn du Recht hast, ignorieren sie es. Das ist das, was einem bei Huskies ein kleines bisschen kaputt macht. Aber Huskies sind dafür lieb und kuschelig. Das muss man natürlich auch sagen. Hunde. Hunde haben eine ganz tolle Eigenschaft, die eigentlich auf jeden Kaninen zutrifft. Vor allem auch auf Huskies. Deswegen führe ich es jetzt nochmal bei den Hunden auf. Hunde brauchen Abwechslung. Sie brauchen Beschäftigung. Sie sind sehr aktiv und brauchen einfach jemanden, der sich um sie kümmert. Ich kenne es ganz oft, dass metaphorisch gesehen Hunde-Furries so ankommen. Hi, Akeban, willst du mit dir spielen? Beschäftige mich. Ich habe Hunger, lass uns rausgehen. Oh, die Wand ist weiß, soll mir sie grün streichen? Oh, da hängen nur drei Bilder. Ich kann dir helfen, fünf neue Bilder einzurammen. Und dann haben wir wieder was zu tun und ist das nicht toll? Oh, und das wird so schnell so anstrengend. Aber ich meine, Hunde sind immer so lieb und knuffig, den kann man ja nicht Nein sagen. Und ich bin ja mit Wolf selber so ein Arthund. Aber es ist dann manchmal doch ein kleines bisschen anstrengend, wenn Hunde so viel Abwechslung und Beschäftigung brauchen. Zum Schluss die Füchse. Muss ich dazu eigentlich noch was sagen? Eigentlich nicht. Füchse sind oft verjift. Welch Überraschung. Außerdem ordnen sich Füchse eher mal unter, sind eher submissive und nicht ganz so dominant. Weswegen sie auch sehr, sehr gut als Partner zu den Wölfen passen, die eher die dominante Rolle einnehmen. Das heißt, Wolf und Husky. Wolf und Husky. Ich glaube, ich bin von meiner Beziehung vorgeschädigt im Nebenraum. Nein, Wolf und Hund. Nein, auch nicht. Ah, ich bin dumm. Wolf und Fuchs. Jetzt habe ich es. Wolf und Fuchs ergänzen sich in einer Beziehung dahingehend eigentlich ganz gut. Nur, ja, Wölfe müssen einfach handeln, dass Füchse manchmal etwas... Wie soll ich das sagen? Ihr wisst sicher, was ich meine. Alles nicht böse gemeint. Vergesst nicht, Ironie und Sarkasmus. Das ist ein Spaßvideo. Das soll euch Spaß machen. Bitte hatet mich nicht dafür. Ich will euch nur unterhalten. Jau, ich hoffe, das Erklärvideo hat euch gefallen. Das Sketchvideo dazu kommt, wenn es kommt. Ich weiß es noch nicht wann. Wenn ich die passenden Ideen dazu habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Video einen Like zu geben, wenn es euch gefallen hat. Und Like für nicht-drammelastige Furry-Themen und keinen Real-Talk. Und genau, rechts von mir kommt ihr zum Video Bundesamt für magische Wesen vs. Furries. Beziehungsweise, gerade andersrum. Und darunter zu meinem Video 5 Gründe, das Furry-Finder zu verlassen. Das heißt, wenn euch die Klischees mal zu viel werden, gibt es auch noch weitere Gründe, warum ihr gehen könnt, wenn ihr es denn möchtet. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Haut rein, bleibt fluffig. Ciao.